Ich fahr fast schon einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem unwahrscheinlich nachweihnachtlichen Video. Heute die Ansprache zum Jahr 21. Heute ist der 31.12. Wir haben auch 12 Grad. Das macht mich sehr glücklich. Am Start ist die Steffi. Hallo Steffi. Dann die Nicole da ans vorne. Und Remsi. Wir werden erstmal eine Runde tanken und dann drinnen in den Schlamm. Weil nämlich Steffi Quart ist viel zu sauber. Was ist denn außenrum? Oh je, hier ist alles nass. Hier sieht es genauso aus. Oh je, nicht stecken bleiben. Nein, nein. Ich habe keine Klinik. Da wäre ich nicht lang gekommen. Schwierig. Schön viel Wasser. Und der hat Allrad an, der Junge. Ganz der Papa. Warte mal, ich werde hier erstmal rausfahren. Okay. Also wie gesagt, hier ist eine äußerst ausgefahrene Spur von großen Traktoren. Also ich glaube, dass so eine Ackerfahrt in Ordnung geht. Weil wir machen hier wirklich nichts kaputt. Hier ist alles kaputt. Die Augen zu lassen, das ist auch ganz wichtig. Ja, ja. Das ist alles Kuhscheiße. Ich hoffe, dass es Kuhscheiße ist. Wenn die einfach so legame. Das ist so gut. Das ist so gut. weiter ah, very nice! und weiter geht es oh, Nikola hat auch ein bisschen mit satt geschossen gerade ja, ja, die hat aber doch gerimpft, die volle Rohr Fein ist aus ok, dann rein ich mal den Board zum Freitag ja, auf jeden Fall wünsche ich euch allen nee, das ist nur noch zu früh, oder? ja erstmal ein ganz kleines Resümee zum Jahr 2021 das war alles recht ruhig äh, dem Virus geschuldet, denke ich mir mal und, naja da war eigentlich so viel fahren in Gruppen und fahren und Videos und machen und tun man hat sich dann schon anders verlagert auf andere Interessen in den Dressen oh, hier sind Fitzen oh, hier sind Fitzen oh, Alter eins ob die ist doch aus, oder? das wollte ich doch gerade sagen den fahrt zu tief und nun? na und nun? musste warten bis das Ding wieder anspringt oh, alright oh jee das Wasser ist in der Schlüpfer Und rutschig in den Graben, mein Schatz. Ich sehe gar nichts mehr. Die Karre, die ist so dicht. Alter, wenn ihr das Visier sehen könntet, hat das Visier gemacht. Oh, die Kamera sieht auch sehr gut aus. Oh, ist das schon dran. Sehr gut. Okay, das Visier. Oh, das ist ein Schlammschneemann. Hat's um dich geschossen. Das gibt's doch gar nichts mit einem Schlammschneemann. Ich muss erstmal einen Gang rausnehmen. Ist er an? Ja. Oh, ich bin sehr stolz auf dich. Oh. Oh, was ist das hier? Das ist sehr schön. Auf jeden Fall checkt unbedingt den YouTube-Kanal ab, den ich euch jetzt hier einblende. Ich würde sagen, Steiner Sonnstein ist da. Ja. Ja. Ich bin so normaler. Hä? 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 Da muss man immer ganz schnell die Augen zu kneifen, wenn der Stefan vorfährt. dann sieht man immer wieder aus wie eine Sau. Wenn meine Linse noch geputzt ist, aber es reicht für YouTube. Ja, hier ist äußerst schlechte Wegstrecke. Ich hab Angst hinter Stefan. Das ist einfach so. Oh my way. Ja, der ist einfach schlecht erzogen. Ich muss doch mal die Linse putzen. Oh je. Das war weg doch. Das war selbstverständlich. Das war selbstverständlich. Ja. Da hat der Scheißhaufen noch die Bremse jetzt oben. Das sagt doch mal den anderen. Was ist das für eine alte Monarchute? So was ist selten, ne? Oh, was ist denn da passiert? Oh weia. Ja. Remsi hat ein neues Dekor. Ich hab auch ein neues Jagddekor. Guck mal, ich habe 3D-Tan. Siehst du das, Levi? Ja. Hast du auch 3D-Tan? Oh, ich hab auch ein bisschen. Ja, der ist sehr schwer. Ich seh das. Ja. Hast du eine mega Kleckerbock gemacht? Habe ich eine Kleckerbock? Oh, was für eine Kleckerbock. Oh weia. So, noch ein paar abschließende Worte für heute. Weil mein Akku ist nämlich schon so gut wie alle. Wir haben immer noch sehr viel Spaß. Das Jahr 2021 war scheiße. Das Jahr 2022 kann nur besser werden. Und Remsi kann weiterfahren. Bitte mal weiterfahren. Okay. Aber der Abschluss 2021, der ist sehr schön. Weil so viel Wasser hat man ja nun schon lange nicht mehr. Ja. Es ist schön warm. Alter. Guck doch mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall. Ja. Steffi? Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall. Ein gesegnetes Jahr. Da remsi gerade. 22 und. Und. Habt euch lieb. Ja. 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 f road. Cha. Ja. 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 Ich fahre hier so gemütlich lang. Oh, was liegt denn da? Da muss ich doch mal gucken. Da hat doch einer eine Tomate hingeworfen. Mal gucken, wo ist sie denn? Hier war doch eben noch eine Tomate. Wo ist sie denn? Da, der hat ihnen eine Tomate hingeworfen. Wer schmeißt denn hier Tomaten hin? Schau mal hin, Maik. Deine Kugel konnten mal vornen. Den Rest. Ach, guck mal. Oh, weia. Welch Schandtat. Alter, ein Relikt aus uralten Zeiten. Oh, was ist das? Alter. Alter. attered. ... Vielen Dank.